An diesem wunderschönen Heiligabend grüße ich ganz herzlich jeden, der zugeschaltet hat, der beten möchte, beten wird. Es ist so schön, dass wir in diesem Glauben heute leben, dass der Sohn Gottes, dass er Mensch geworden ist, wie du und ich, dass er im Stalle von Bethlehem durch die Jungfrau Maria zur Welt hat sie ihn gebracht. Und er lebte in Israel 33 Jahre. Er starb dann am Kreuze von Golgatha, den schlimmen Tod. Und an diesen Gott erinnern wir uns an das, was Gott uns gegeben, was er uns geschenkt hat in Jesus Christus, dieses Heil, diese Freude in ihm. Damals wurde uns gesagt, auf den Feldern von Bethlehem, viele Millionen Engel waren es bestimmt, die haben im Chor gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen seines Wohlgefallens. Wie es damals aussah, viele Menschen konnten es nicht verstehen, was auf uns zukommen wird. Aber als Jesus Christus dann als erwachsener Mann unterwegs war und das Evangelium predigte, von einer Stadt zur anderen ging, da konnten viele Menschen das verstehen, dass dieser Sohn von Gott, dass er diese Liebe des Vaters auf diese Erde gebracht hat, dass er das Königreich aufgebaut hat und unterwegs ist. Die Liebe Gottes allen Menschen, die ihn lieben oder nicht lieben, verstehen oder nicht verstehen, zu verkündigen. Und darum an diesem Abend gedenken wir ganz besonders auch an das, was uns der Prophet Micha gesagt hat im Kapitel 5, Vers 1 bis 3. Er hat diese Propheziierung viele, viele Jahre vorher schon gesagt, ausgesprochen. Und diese Propheziierung hat sich tatsächlich erfüllt an diesem Abend, wo Jesus geboren worden ist. Micha 5, Vers 1 bis 3. Und du, Bethlehem Ephrathah, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Judah, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin, bis zu der Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren haben wird. Und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hochheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen. Denn nun wird er groß sein, bis an die Enden der Erde. O Vater, wir danken dir von Herzen für deinen Sohn Jesus Christus, der als Kind kam auf diese Erde und er brachte uns das Heil. Wir sind erlöst heute, weil wir an dich glauben, weil wir dich, Jesus Christus, heute aufgenommen haben in unseren Herzen. Und danke, dass diese Prophezeiung wahr geworden ist. Obwohl so viele Jahre haben die Menschen damals in Israel auf diese Zeit gewartet. Und sie glaubten oft gar nicht mehr. Sie haben oft ihren Glauben, sie konnten nicht mehr glauben, sie verloren ihren Glauben. Aber danke, dass du, wenn du ein Wort sprichst, dann geschieht es auch. Herr, und danke, dass du auch heute in unsere Herzen einsprichst. Und Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir manchmal auch warten müssen, aber dein Wort wird ausführen. Du hast gesagt, es kommt nicht leer zurück. Das, was du ausgesprochen hast, das, was du gesagt hast, es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausführen, das, was du gesagt hast. Und danke, Vater, ich darf jetzt freisetzen, dein Wort in vielen Herzen der Menschen, wo du schon hineingesprochen hast. Und die Menschen haben gebetet und haben den Glauben verloren vielleicht. Aber, Vater, lass heute Abend einen besonderen Abend für viele werden, dass Menschen dich erleben, in ihren Familien feiern, wo sie miteinander zusammensitzen, wo du hineinspielst, wo diese Lieder singen werden. Lass dein Wort hineinsprechen. Und lass die Menschen erkennen, dass du die Wahrheit bist, dass du der lebendige Gott unter ihnen bist. Vater, lass uns nicht dich feiern ohne dich. Lass uns dich nicht besingen ohne dich, sondern lass uns dich groß machen in unseren Liedern, in dem, was wir tun und machen. Herr, Vater, lass die Geschenke, die ausgeteilt werden heute, auch bei den Kindern und der Erwachsene, lass es nicht einfach die Geschenke sein. Lass deine Liebe da hineingelegt sein. Und vor allem, dass die Menschen erkennen, dass du das Schönste, das Beste Geschenk für diese Welt geworden bist. Dass du Gott, Jesus Christus, das bist, was wir heute haben in dir. Du bist unser Schatz. Du bist alles, was wir brauchen für diese und für die zukünftige Welt. Darum, Herr, ich segne diesen Abend jeden Einzelnen. Herr, dort, wo sie zusammen sind, dort, wo die einsamen und verlassenen sind. Herr, lass dein Licht kommen. Lass dein Licht hineinkommen. Lass sie erkennen, dass du Gott ihnen nahe bist. Vater, ich segne auch ganz besonders die Kinder heute Abend. Lass die Kinder erkennen, dass du guter Vater für sie bist. und dass du sie in die Hand genommen hast, an der Hand genommen hast und dass du führst und leitest, dass sie einen guten Weg mit dir gehen können. Vater, segne auch die Eltern. Segne jeden Einzelnen heute Abend, in diesem wunderschönen Abend, wo jeder dich begegnen kann, dich erleben kann und mit dir sich freuen kann. Vater, wir lieben dich und beten dich an. Danke für das wertvollste Geschenk deiner Gnade. Jesus Christus, wir beten dich an von ganzem Herzen. Wir lieben dich. Amen. Lass uns weiter Jesus ehren. Er ist das wunderbare, wunderschönste Geschenk aller Geschenken. Er liebt uns und er ist uns nahe. Seid gesegnet, meine Lieben. Hat einen schönen Abend in seiner Gegenwart und lass uns weiter im Gebet bleiben mit ihm. Seid gesegnet. Shalom.